Der Mensch in seinem faustischen Forscherdrang sucht unbeirrt nach Tricks und Hilfsmitteln, damit sein Leben leichter wird. Bedient sich der Mechanik, zähmt die Elektrizität, baut Listia-Apparat und manch nützliches Gerät. Erfindet und verbessert und ist stets darauf bedacht, dass er das einfache noch einen Tuck einfacher macht. Wie leicht und einfach er das macht, wird dir sofort bewusst, wenn du für jeden Mäusefurtz ein dickes Handbuch lesen musst. Du musst den Verstand erstmal mit dem Handbuch schärfen, ohne Handbuch kannst du nämlich gleich das Handtuch werfen. Die Leuchtdiode leuchtet und der Cursor blinkt, ist es normal, dass es dann nach verbranntem Kabel stinkt. Also stecke raus und mach dir keine Illusion. Drücke erst nochmal die Schulbank und danach auf Powaon. Das fängt beim Radiowecker an, du fummelst, drehst und fluchst, weil du verzweifelt nach dem Knopf zum Sendersuchen suchst. Da steht nur Mode drauf und Tuna, Tima und Select. Und du ans Längst, dass in diesem Detail der Teufel steckt. Genau wie beim Videorekorder, der nie tut, was er soll, geht immer zu früh los oder zu spät oder das Band ist voll. Und anstatt als Wort zum Sonntag zeichnet er dir fatal den Schmuddelporno auf aus dem Schweinekanal. Du musst den Verstand erstmal mit dem Handbuch schärfen, ohne Handbuch kannst du nämlich gleich das Handtuch werfen. Dein virtuelles Kuscheltier randaliert und das Ei in deiner Mikrowelle explodiert. Also stecke raus und mach dir keine Illusion. Drücke erst nochmal die Schulbank und danach auf Powaon. Im Auto führt mich die Satellitennavigation von hier nach dort und kreuz und quer mit höchster Präzision. Und eine sanfte Stimme sagt mir links und rechts und prompt, bitte wenden, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Nur hin und wieder übersieht die Dame doch schon mal die kürzlich abgerissene Brücke über den Kanal. Und während Wasser gluckert, schon mein Bein umstreicht, sagt sie mir tröstend, sie haben das Ziel erreicht. Du musst den Verstand erstmal mit dem Handbuch schärfen, ohne Handbuch kannst du nämlich gleich das Handtuch werfen. Die Wegfahrsperre sperret weg, die Sirene heult schrill und mein Herzschrittmacher macht eh nur noch, was er will. Also stecke raus und mach dir keine Illusion. Drücke erst nochmal die Schulbank und danach auf Powaon. Manchmal denke ich, was ich früher doch für Zeit gehabt hab, als es die ganzen Hilfsmittel zur Zeitersparnis noch nicht gab. Da hab ich noch die Telefonnummer von Hand gedreht und meine Zahnbürste verstanden. Auch ohne Software-Update. Und wenn's im Zimmer zu heiß wurde, hab ich mal kurz nachgedacht und zur Klimatisierung das Fenster aufgemacht. Heute drück ich einen Knopf, dann nimmt das Unheil seinen Lauf oder gar nichts passiert. Man hält den Fortschritt nicht auf. Du musst den Verstand erstmal mit dem Handbuch schärfen. Ohne Handbuch kannst du nämlich gleich das Handtuch werfen. Dein Display ist zu dunkel und dein Logo versaut. Deine Klingeltöne prollig oder total out. Also steck heraus und mach dir keine Illusion. Drücke erst nochmal die Schulbank und danach auf Powaon. So dein Impressor macht jetzt einen kurzen Prozess. Du kriegst nur noch eine obszöne SMS. Zum dritten Mal hast du Depp deine PIN vergeigt. Deine EC-Karte ist weg. Und dein Lieblingssänger schweigt. Und dein Lieblingssänger schweig. Untertitelung des ZDF, 2020